Jetzt gehen wir in die Kniebeuge und nehmen die Schultern. Nur die Schultern gehen wir wieder runter. Ja? Die Arme bleiben von der Legen. Gehen runter und dann springen wir. Und beim Springen gehen die Schultern wieder wieder runter. Was ist die? Spring! Wenn das dran ist. Ja? Ich springe, 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 springe.